Moin Leute, und zwar jetzt seid ihr mal gefragt, ich möchte einen Aufruf starten und zwar möchte ich demnächst die einen oder anderen großen Artikel schreiben. Das heißt, ich werde sie sowohl kostenlos anbieten bei Facebook, also in der regulären Notizen-Option, als auch in dem namhaften Forum sowohl bei Prosys, meinen Hauptsponsor, als auch bei namhaften Trainings- und Ernährungsplänen, wie zum Beispiel Lux, die auch sehr bekannt sind für mich, meine Verhältnisse, sehr umfangreiche und informative Beiträge, was gerade den Sport angeht. Deswegen interessiere ich mich einfach dafür, was euch wirklich interessiert, das heißt, ich würde euch bitten, einfach hier runter in die Kommentare die einen oder anderen Anregungen zu schreiben, welche Artikel über welche namhaften Themen interessieren euch, sind es die gängigen Muskelaufbau-Themen, das finde ich persönlich ist wirklich ein sehr ausgelutschtes Thema, dort gibt es sehr viel Informationsfluss, sehr viele Beiträge, deswegen sollten wir vielleicht ein bisschen spezieller gehen. Ich hoffe auf eure Anregungen und freue mich, wenn ihr fleißig hier runter postet, was euch wirklich interessiert und dann hoffe ich in den nächsten Tagen, Wochen, Monate, je nachdem, wie lange das in Anspruch nimmt, natürlich die ein oder anderen großen Themen zu beantworten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und natürlich einen guten Tag. Wir sehen uns.